Roland war ein Ritter des Kaisers Kai des Großen im 8. Jahrhundert. Einige behaupten, dass Roland sogar sein Neffe war. Bekannt wurde Roland durch das Roland Lied, das im 11. Jahrhundert geschrieben wurde. Es erzählt von Rolands heldenhaften Tod im Krieg des Kaisers gegen die Mauren, also den Muslims in Spanien. Mit seinem magischen Schwert kämpfte Roland für den Kaiser und für die Kirche. Angeblich hat Kai der Große das Schwert direkt von einem Engel bekommen, um gegen die Mauren und für das Christentum zu kämpfen. Der Roland war also ursprünglich ein Symbol des mutigen und treuen Kämpfers der Kirche und des Kaisers. Er war im Mittelalter ein Volksheld. Aber eigentlich ging es gar nicht um Religion, sondern um Macht. 1404, also mehr als 300 Jahre nachdem es Roland Lied geschrieben wurde, ließ der Stadtrat den Bremer Roland bauen. Die Statue hatte aber jetzt eine ganz andere Bedeutung. Sie symbolisierte die Freiheit der Bremer Bürger gegenüber der Kirche. Die Kirche und die Bischöfe hatten nämlich in der Zeit sehr viel zu bestimmen. Die Bremer wollten aber frei entscheiden und stritten mit den Bischöfen um ihre Unabhängigkeit. Für diese Unabhängigkeit sollte der Roland stehen. Hä? Aber ich dachte der Roland kämpft für die Kirche, nicht gegen die Kirche. Wie der Roland diese neue Bedeutung bekam, weiß man nicht genau. Damals behaupteten einige Bremer Politiker, dass Kai der Große Bremen besondere Marktrechte und Freiheiten gegeben habe. Der Roland würde sozusagen als Vertreter des Kaisers stehen, um diese Rechte zu schützen. Deshalb steht auf seinem Schild, Freiheit ich euch offenbar. Die Karl und mancher Fürst für wahr dieser Städte gegeben hat. Dessen danke Gott, das ist mein Rat. Der Bremer Roland ist die älteste von 50 Roland Statuen in Deutschland. Weitere Skulpturen gibt es in ganz Europa verteilt. Sogar in Brasilien und den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es Roland Statuen. Ist der Gürtel da? Ja. Ist das Schwert? Ja. Auch einen Kopf? Ja. Einen Schild? Ja. Gibt es auch spitze Knie? Ja. Auch einen Zaun, der da drin ist? Ja. Und gibt es hier noch einen Mantel? Ja. Okay, dann sieht das eigentlich ganz schön aus. Der Bremer Roland ist voller Symbole, die von seiner Geschichte erzählen. Der Schwert symbolisiert das Recht, eigene Gesetze zu erlassen und ein eigenes Gericht zu haben. Die Rosen und der Enge auf dem Gürtel zeigen, dass Roland angeblich für den christlichen Glauben gestorben ist. Der Abstand zwischen den komischen Kniespitzen hatte einen ganz praktischen Zweck. Er entspricht einer Elle, also 55 cm. Die Tuchhändler auf dem Markt benutzten die Knie als Maßstab, um ihre Tücher zu messen. Die Handschuhe stehen für das Marktrecht. Der Kaiser erlaubte Bremen, einen eigenen Markt zu haben. Diese Erlaubnis wurde mit der Übergabe eines Handschuhs besiegelt. Und auf dem Schild steht, dass Bremen eine freie Stadt ist. Und was ist mit dem kleinen Menschen zu seinen Füßen? Was die Figur bedeutet, weiß man nicht genau. Einige sagen, dass er ein geköpfter Bösewicht ist. Andere sagen, dass sie den Krüppel aus einer berühmten Geschichte über den Bürgerpark darstellen soll. Der Originalkopf des Bremer Roland steht übrigens im Fockelmuseum, damit er vor dem Bremer Wetter und der Luftverschmutzung geschützt ist. Ein bisschen Blast sieht aus, oder? Ursprünglich war der Roland bunt angemalt und mit Tüchern gekleidet. Damals hatte das eine wichtige Bedeutung, da in Bremen nur die Ritter und Politiker farbige Klamotten tragen durften. Für die Bremer ist der Roland immer noch ein wichtiges Symbol der Freiheit der Bürger. Er ist zusammen mit dem Rathaus auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. Die Legende sagt, dass im Falle einer Zerstörung der Roland innerhalb von 24 Stunden ersetzt werden muss. damit die Bremer Feier erhalten bleibt. Einige behaupten, dass es deshalb einen Ersatz Roland im Rathaus gibt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020